Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über die komplexen Zahlen. Wir schauen uns heute gemeinsam Gleichungen an und sehen dabei, dass es nicht immer möglich ist, reelle Lösungen für diese Gleichung zu finden, sondern es gibt auch die Möglichkeit, dass eine Gleichung nur komplexe Lösungen besitzt. Hier spielt ein ganz wichtiger Satz eine Rolle, und zwar der sogenannte Fundamentalsatz der Algebra, den wir uns am Ende des Videos näher anschauen. Zuvor habe ich dir wieder einen Überblick zusammengeschrieben, was du bereits können solltest, vielleicht auch noch wiederholen solltest, und welche Ziele wir gemeinsam heute haben. Was solltest du bereits können? Wichtig ist, dass du für dieses Video polynomiale Gleichungen, Entengerades, lösen kannst, beispielsweise quadratische Gleichungen, dass du hierbei weißt, dass man eine Lösungsformel verwenden kann, oder zum Beispiel auch kubische Gleichungen, das heißt Gleichungen dritten Grades, zurückführen auf quadratische Gleichungen und dann mit der Lösungsformel auch wieder lösen. Hier gibt es gewisse Strategien, hier solltest du dich schon ein bisschen auskennen, welche Strategien es hierbei gibt, um jetzt polynomiale Gleichungen eben zu lösen. Wichtig ist natürlich auch wieder, dass du die Struktur der komplexen Zahlen kannst, dass du weißt, dass eine komplexe Zahl besteht aus z gleich a plus i b. Welche Ziele haben wir heute gemeinsam? Die wichtigen Ziele in diesem Video sind, dass du Gleichungen lösen kannst. Das heißt, dass du weißt, dass es nicht nur reelle Lösungen geben kann, sondern auch komplexe Lösungen geben muss, teilweise. Und hierzu ist der ganz wichtige Satz, den wir uns am Ende anschauen, auch der Fundamentalsatz der Algebra, der eben aussagt, dass jede Gleichung enden Grades genau n Lösungen über den komplexen Zahlen c besitzt. Über r besitzt es nicht immer n Lösungen, sondern über c besitzt es aber immer n Lösungen. Und das ist der ganz wichtige Satz in der gesamten Analysis, das ist ein Teilgebiet der Mathematik, den wir uns jetzt am Ende dieses Videos auch näher anschauen werden. Zuvor möchte ich mit dir aber auch ganz einfach beginnen bei quadratischen Gleichungen. Wie löst man jetzt eine quadratische Gleichung? Dazu ist die Ursprungsgleichung eben gegeben, a mal x² plus b mal x plus c ist gleich 0. Das ist die standardquadratische Gleichung, die du schon oft wahrscheinlich auch gesehen hast. Und welche Lösungen besitzt jetzt diese Gleichung? Du hast wahrscheinlich schon auch in der Schule gelernt, wie man solche Gleichungen löst. Es gibt hier die Möglichkeit einer Lösungsformel, und zwar verwenden wir hier die große Lösungsformel. Es gibt dann auch die Möglichkeit, auch die kleine Lösungsformel zu verwenden, wenn der Koeffizient vor dem x² eine 1 wäre. Aber im allgemeinen Fall funktioniert eben die große Lösungsformel mit dem Koeffizienten a vor dem x² eigentlich immer. Und von was hängt es jetzt ab, dass diese Gleichung Lösungen hat? Wir gehen von dieser Gleichung aus und anhand von dieser großen Lösungsformel, die eben da lautet, dass die zwei Lösungen bestimmt werden können durch x1,2, ist gleich minus b plus minus die Wurzel aus b² minus 4ac durch 2a. Das ist jetzt die große Lösungsformel, mit deren Hilfe wir eben die Lösungen dieser quadratischen Gleichung finden können. dann siehst du, dass man unter der Wurzel jetzt einen Ausdruck hat, und zwar den Ausdruck b² minus 4ac. Und du weißt das ja schon, dass wir eigentlich Wurzeln nur aus positiven Zahlen oder eben auch grundsätzlich aus der Null ziehen können, aber nicht aus negativen Zahlen. Und jetzt kann es aber auch sein, dass dieser Ausdruck, dieses b² minus 4ac, auch negativ werden kann. Das wissen wir vorher nicht. Und je nachdem, welches Vorzeichen dieser Ausdruck b² minus 4ac besitzt, gibt es jetzt unterschiedliche Lösungsfälle. Dieser Ausdruck unter der Wurzel heißt Diskriminante, das kommt vom lateinischen Wort Diskriminare, das bedeutet so viel wie unterscheiden. Wir unterscheiden daher anhand von diesem Vorzeichen dieser Diskriminante drei verschiedene Lösungsfälle für diese quadratische Gleichung. Genau. Schauen wir uns das jetzt genauer an. Anhand von der Diskriminante von diesem Wert d kannst du nämlich unterscheiden, ob es jetzt 2, eine oder keine reelle Lösung gibt. Du hast in der Oberstufe wahrscheinlich diese drei Lösungsfälle bereits kennengelernt und hierbei auch behandelt den Fall, was passiert, wenn eben diese Diskriminante negativ ist. Diese Diskriminante ist jetzt d², d ist gleich b² minus 4ac. Das ist jetzt unser Ausdruck unter der Wurzel, die Diskriminante. Und jetzt gibt es drei verschiedene Lösungsfälle, die wir jetzt gemeinsam besprechen werden. Der erste Fall wäre, wenn eben d größer 0 wäre. Dann würde es zwei verschiedene Wurzeln geben in dieser Lösung, so haben wir plus minus die Wurzel und dann erhalten wir ganz normal zwei reelle Lösungen, also zwei Lösungen, die reelle Zahlen sind. Das ist der Standardfall. Das ist eigentlich der Fall, den man sich oft wünscht, dass man zwei Lösungen für eine quadratische Gleichung bekommt in R. Wenn es aber jetzt der Fall ist, dass das d gleich 0, die Diskriminante gleich 0 ist, dann ist die Wurzel auch 0. Dann verschwinden diese, dieses Vorzeichen plus minus und dann erhält man im Grunde genommen nur mehr eine reelle Lösung und zwar die Lösung x gleich minus b durch 2a. Das heißt, wenn die Diskriminante 0 ist, dann gibt es nur eine einzige reelle Lösung. Was passiert jetzt aber, wenn dieses d kleiner 0 ist? Dann ist die Wurzel undefiniert, weil wir können keine Wurzel aus negativen Zahlen ziehen und dann gibt es eben keine Lösung in R. Das hast du auch in der Oberstufe gelernt, dass wenn es beispielsweise eben diese Diskriminante kleiner 0 ist, dass es keine Lösung in R gibt, dann ist die Lösungsmenge für diese Gleichung eben leer. Ja, aber wir sind jetzt schon so weit, dass wir ja komplexe Zahlen kennengelernt haben. Und hier bei diesem dritten Punkt kommen komplexe Zahlen ins Spiel, denn wenn die Wurzel undefiniert ist, das heißt, wenn beispielsweise ein negativer Ausflug unter der Wurzel steht, dann gibt es zwar keine Lösung in R über den reellen Zahlen, wohl aber zwei komplexe Lösungen, die wiederum plus minus von diesem Vorzeichen abhängen. Genau, das heißt, es gibt sicher zwei komplexe Lösungen, wenn jetzt die Diskriminante kleiner 0 ist. Schauen wir uns das jetzt genauer anhand von diesem Beispiel an, von der Gleichung x² ist gleich minus 4. Hier sind die Lösungen gesucht und wenn man das umformt, dann erhält man, dass x1, x2 gleich plus minus die Wurzel aus minus 4 ist. Was ist jetzt diese Wurzel aus minus 4? Wir haben jetzt eine Wurzel mit einem negativen Radikanten. Radikant bezeichnet man im Grunde genommen den Ausdruck unter einer Wurzel. Ganz allgemein, Diskriminante nennt man ihn, wenn man jetzt Gleichungen oder quadratische Gleichungen löst. Und was ist jetzt in diesem Fall die Wurzel aus minus 4? Hierbei hilft uns jetzt folgende Definition. Und zwar die Gleichung, wir gehen von der Gleichung aus, x² ist gleich minus 4, hat eben zwei Lösungen. Das wissen wir aufgrund der vorherigen Betrachtungsweise, dass wir gesagt haben, es gibt zwar keine reelle Lösung, wohl aber zwei komplexe Lösungen. Ja und diese Lösungen sollen wir jetzt herausfinden. Hm, wie würde man im Grunde genommen eine solche Gleichung jetzt lösen? Wie du schon hier siehst, auf diesem Arbeitsblatt, auf diesem Teil von diesem Arbeitsblatt, können wir die Gleichung jetzt umformen in x² gleich minus 4, daraus folgt, dass x gleich plus minus die Wurzel aus minus 4 ist. Und hierbei vereinbaren wir jetzt folgende Schreibweise. Das ist eine Vereinbarung und gilt immer also. Das ist eine Definition. Das heißt, das plus minus die Wurzel aus minus a, in diesem Fall wäre es plus minus die Wurzel aus minus 4, würde definiert werden als plus minus i mal die Wurzel aus a, wenn jetzt a größer gleich 0 ist. Das heißt in unserem Fall, wenn wir jetzt plus minus die Wurzel aus minus 4 hätten, das wären die beiden Lösungen, dann können wir das folgendermaßen anschreiben, das wäre plus minus i mal Wurzel aus 4. Und das würde sein plus minus 2i, denn die Wurzel aus 4, die kennen wir schon, ist 2. Also besitzt diese quadratische Gleichung mithilfe dieser Vereinbarung, dass wir die Wurzel aus minus 4 schreiben können, als 2 mal i, folgende zwei Lösungen, das würde sein plus 2i und minus 2i. Diese beiden Lösungen unterscheiden sich eben nur durch das Vorzeichen plus 2 mal i und minus 2 mal i. Genau, und dann können wir eben mithilfe dieser Vereinbarung die gewünschten Lösungen angeben, und zwar hat dann die Gleichung x² gleich minus 4, eben durch diese Vereinbarung die beiden Lösungen plus minus 2 mal i. Also eine quadratische Gleichung, und in dem Sinn zwei komplexe Lösungen. Ich möchte dir nun das anhand von diesem Fall veranschaulichen, wo wir eben diese quadratische Gleichung eben gelöst haben, wo wir den dritten Fall eben betrachtet haben, wo die Diskriminante d kleiner 0 ist. Wenn wir jetzt diese Lösung hier anschauen, x1, x2, das würde sein minus b plus minus die Wurzel aus d durch 2a, das wäre jetzt in dem Sinn die Lösung, jetzt wissen wir aber, dass das d negativ ist. Das d ist negativ, die Diskriminante, und dann können wir das eben so anschreiben, mithilfe unserer vorherigen Vereinbarung, dass wir jetzt dieses i im Grunde noch einmal rausziehen, und wenn dieses d negativ ist, dann ist minus d wieder positiv. Das heißt, wir haben jetzt nun einen positiven Ausdruck unter der Wurzel, und erhalten dann als Lösung, als beide Lösungen, minus b plus minus i mal die Wurzel aus minus d durch 2a. Und das sind zwei Lösungen, die rein komplex sind. Die sind nicht reell. Das sind zwei Lösungen, die in c ohne r enthalten sind. Das heißt, wir ziehen das i immer raus, und machen dadurch eben den Ausdruck unter der Wurzel rein positiv. Das ist unsere Vorgehensweise, wie wir jetzt quadratische Gleichungen oder allgemein quadratische Gleichungen lösen können. Ich habe dir hier auch eine Übung mitgebracht, und zwar berechne jetzt die beiden, oder die zwei Lösungen der quadratischen Gleichung, x² plus 4x plus 13 ist gleich 0. Das ist jetzt eine typische quadratische Gleichung, so wie wir sie bereits von vorhin kennen. Und jetzt wollen wir diese quadratische Gleichung mit Hilfe der großen Lösungsformel lösen. Wir verwenden allgemein die große Lösungsformel, denn diese gilt in jedem Fall. In diesem Fall wäre dieses a, der Koeffizient, vor dem x² eben 1. Es wäre hier möglich, zwar auch die kleine zu verwenden, aber wir verwenden im allgemeinen Fall immer die große Lösungsformel. Und wenn wir die Lösung eben aufschreiben möchten, dann erhalten wir x1x2, das würde jetzt sein minus b plus minus die Wurzel aus b² minus 4ac durch 2a. In diesem Fall wäre das a1, das b4 und das c wäre 13. Das sind diese Koeffizienten vor diesem Monomen hier. Das ist im Grunde genommen minus b wäre minus 4 plus minus die Wurzel aus b², das wäre 16, minus 4 mal 1 mal 13 durch 2 mal a wäre 2. Und das würde sein minus 4 plus minus die Wurzel aus 16 minus 52 durch 2. Und das würde jetzt sein, 16 minus 52 wäre minus 36. Also erhalten wir minus 4 plus minus die Wurzel aus minus 36 durch 2 und jetzt haben wir einen negativen Ausdruck unter der Wurzel, den können wir dahingehend umschreiben, dass wir das i rausziehen und die Diskriminante oder den Ausdruck unter der Wurzel eben positiv machen. Das ist gleich minus 4 plus minus i mal die Wurzel aus 36 durch 2 und die Wurzel aus 36 wäre 6. Also erhalten wir minus 4 plus minus i mal 6 durch 2 und wenn ich diesen Bruch jetzt auflöse dann erhalte ich als Lösungen minus 2 plus minus 3 i also folgt daraus dass das x1 die erste Lösung wäre das wäre mit dem positiven Vorzeichen minus 2 plus 3 i und die zweite Lösung würde sein minus 2 minus 3 i das würden jetzt die beiden komplexen Lösungen der quadratischen Gleichung sein wir sehen also dass es keine reelle Lösung gibt sondern es gibt nur zwei komplexe Lösungen für diese quadratische Gleichung schauen wir uns dazu noch ein Beispiel an und zwar schauen wir uns jetzt eine kubische Gleichung an eine Funktion dritten Grades eine Gleichung dritten Grades und sollen hier die drei Lösungen dieser kubischen Gleichung bestimmen und dazu gehen wir folgendermaßen vor eine kubische Gleichung hat allgemein ja keine Lösungsformel die wir bereits kennen sondern wir sollen diese kubische Gleichung zunächst in eine quadratische Gleichung umformen und das machen wir dahingehend dass wir eben versuchen jetzt diese kubische Gleichung in zwei Ausdrücken zwei Termen zu zerlegen wir sehen nämlich dass wir aus dieser kubischen Gleichung ein x herausheben können und damit diese kubische Gleichung folgendermaßen umformen können 2x hoch 3 minus 20x Quadrat plus 58x hier kann ich jetzt in allen Ausdrücken das x herausheben also bleibt x mal 2x Quadrat minus 20x plus 58 übrig und das soll jetzt 0 sein jetzt wie löst man eben so eine Gleichung hier haben wir eine Multiplikation von zwei Polynomen von Polynom x und von Polynom 2x Quadrat minus 20x plus 58 diese Multiplikation soll 0 ergeben laut dem Produkt Nullsatz ist eben so ein Produkt von zwei Faktoren genau dann 0 wenn eines der beiden Faktoren 0 ist das heißt wann ist jetzt eines dieser beiden Faktoren 0 die erste Möglichkeit wäre als Lösung erstens dass eben x gleich 0 ist dann würde hier 0 mal etwas ergibt auch 0 das wäre die erste Lösung und als zweite Lösung wenn das x jetzt nicht 0 ist dann muss im Grunde genommen dieses 2x Quadrat minus 20x plus 58 0 sein das ist eine quadratische Gleichung wiederum die wir mithilfe der großen Lösungsformel versuchen zu lösen das heißt 2x Quadrat minus 20x plus 58 ist gleich 0 wann ist das der Fall das ist genau dann der Fall wenn wir wieder die große Lösungsformel verwenden und zwar mit minus b plus minus die Wurzel aus b Quadrat minus 4ac durch 2a in diesem Fall würde das a 2 sein das ist b minus 20 und ist c 58 also erhalten wir insgesamt minus minus 20 ergibt 20 plus minus die Wurzel 20 zum Quadrat wäre 400 und minus 4 mal a mal c das würde minus 464 ergeben wenn wir es nachrechnen 4 mal 2 mal 58 ergibt minus 64 und dann durch 4 denn 2 mal 2 ist 4 das würde jetzt im allgemeinen fall wiederum 20 plus minus die Wurzel aus minus 64 sein durch 4 und jetzt haben wir wieder einen negativen Auszug unter der Wurzel hier können wir wiederum das ist i herausheben und den Auszug unter der Wurzel positiv nehmen also haben wir 20 plus minus i mal die Wurzel aus 64 durch 4 und das würde denn die Wurzel aus 64 wäre 8 würde sein 20 plus minus 8 i durch 4 und wenn wir das jetzt wiederum umschreiben wenn wir den Bruch auflösen dann erhalten wir insgesamt zwei Lösungen die erste Lösung wäre mit dem positiven Vorzeichen wäre 20 wenn man es kürzt wäre es schon 5 plus 2 i und die zweite Lösung mit dem Minus als Vorzeichen hätten wir 5 Minus 2 i das heißt wir haben jetzt insgesamt drei Lösungen und zwar die Lösung x gleich 0 als reelle Lösung und die beiden anderen Lösungen x1 und x2 würden dann in unserem Falle die beiden komplexen Lösungen sein die sich aus der quadratischen Gleichung heraus ergeben und damit haben wir insgesamt als erste Lösung x gleich 0 als zweite Lösung 5 plus 2 i und als dritte Lösung dieser kubischen Gleichung 5 minus 2 i Wir sehen also dass komplexe Lösungen immer paarweise auftreten das ist immer der Fall eine komplexe Lösung gibt es niemals sondern es gibt immer nur komplexe Lösungen die in Paaren auftreten und zwar immer als Paar der komplexen Zahl und der konjugiert komplexen Zahl die konjugiert komplexe Zahl ist ja jene Zahl wo sich das Vorzeichnis imaginär teils ändert und das ist genau hier bei diesem Lösen von diesen Gleichungen eigentlich immer der Fall das heißt komplexe Lösungen treten immer paarweise auf reelle Lösungen treten oder können auch alleine auftreten schauen wir uns dazu jetzt diesen wichtigen Satz an der uns gewährleistet dass eine Gleichung dritten Grad ist drei Lösungen besitzt und eine gleichung zweiten Grad ist eine quadratische Gleichung zwei Lösungen besitzt das Satz der Algebra eines der wichtigsten Werkzeuge der gesamten Mathematik denn nur durch ihn können wir jede Gleichung enten Grades lösen und es gibt sogar n Lösungen dieser Satz ist ganz wichtig für das Teilgebiet der Analysis für die Differential und Integral Rechnung für die Infinitesimal Rechnung und was brauchen wir hier wir haben eine Gleichung gegeben mit ax Quadrat plus bx plus c ist gleich 0 und die Lösungen dieser Gleichung können wir eigentlich immer als Nullstellen der Funktion f von x ist gleich ax Quadrat plus bx plus c betrachten denn wenn wir die Nullstellen von dieser Funktion berechnen dann müssen wir diese Funktion gleich 0 setzen und das führt uns eben auf die Lösung dieser quadratischen Gleichung das heißt die Nullstellen die Berechnung der Nullstellen von quadratischen Funktionen führt uns hin zur Lösung von quadratischen Gleichungen und der Fundamentalsatz der Algebra sagt jetzt folgendes dass jede Polynomfunktion f vom Grad n genau n Nullstellen in c besitzt das ist immer der Fall das ist der Fundamentalsatz der Algebra in Bezug jetzt auf die Nullstellen und wenn man beispielsweise jetzt die Funktion f von x so wie du das unter Punkt 1 hast betrachtet mit f von x ist gleich x Quadrat plus 1 dann siehst du rechts daneben diesen Graphen dieser Graph wenn man ihn im Koordinatensystem zeichnet dieses Koordinatensystem ist die Ebene R2 dann sieht man dass dieser Graph keine Nullstellen besitzt ja und das ist auch klar denn diese quadratische Gleichung x Quadrat plus 1 ist gleich 0 hat ja keine reellen Lösungen also kann es auch keine reellen Nullstellen geben und deswegen schneidet dieser Graph auch rechts die x Achse niemals wohl wohl aber besitzt diese Funktion zwei komplexe Nullstellen und zwar die komplexen Nullstellen plus i und minus i das würden auch die Lösungen eben dieser quadratischen Gleichung x Quadrat plus 1 gleich 0 sein diese Lösungen können wir natürlich in der Ebene rechts daneben natürlich nicht einzeichnen denn wir wissen dass die komplexen Zahlen c selbst schon zweidimensional sind also brauchen wir hier im Grunde genommen eine Dreidimensionalität also den Raum um jetzt die Nullstellen für diese Funktion sichtbar zu machen das zweite Beispiel würde eben sein die Funktion g von x mit x hoch 3 minus 3 x Quadrat plus 4 diese Funktion besitzt jetzt wenn man sie genauer anschaut rechts daneben zwei eigentliche Nullstellen und zwar bei minus 1 und bei 2 aber die Nullstelle bei plus 2 ist eine Doppel Nullstelle hier berührt der Graph nur die x-Achse und schneidet nicht die x-Achse deswegen hat diese Funktion g eine doppelte Nullstelle bei x gleich 2 sind zwei Nullstellen und eine einfache Nullstelle bei x gleich minus 1 In der Summe sind sie wiederum drei Nullstellen was uns auch der Fundamentalsatz der Algebra eben aussagt dass jede Funktion n-ten Grades in diesem Fall dritten Grades n Lösungen besitzt also hier drei Lösungen besitzt und mit Hilfe des Satzes von Vieta können wir eben diese Nullstellen auch so anschreiben als Linearfaktorzerlegung dass g von x gleich x plus 1 also x minus die erste Nullstelle das wäre x minus minus 1 x plus 1 mal x minus 2 weil 2 die zweite Nullstelle ist mal x minus 2 weil sie nochmal eine Nullstelle ist eine Doppel Nullstelle ist und wenn man diese Faktoren jetzt miteinander multipliziert x plus 1 x minus 2 und x minus 2 dann ergibt sich genau die Funktion g von x x hoch 3 minus 3 x Quadrat plus 4 das heißt mit Hilfe der Linearfaktorzerlegung kann ich die Nullstellen auch relativ schnell sichtbar machen und auch sofort hinschreiben Was sagt jetzt der Fundamentalsches der Algebra noch über die Gleichungen aus? Die Formulierung dass jede Polynomialgleichung oder jede Polynomgleichung der Form a n mal x hoch n plus Punkt 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 plus a 1 mal x plus a 0 gleich 0 das ist eine Polynomgleichung n-ten Grades weil der höchste auftretende Potenz eben n ist und der Koeffizient a n ungleich 0 ist deswegen ist der Grad dieser Polynomgleichung genau n und der Fundamentalschatz der Algebra sagt uns jetzt aus dass diese Polynomgleichung n-ten Grades genau n Lösungen besitzt und zwar die n Lösungen x1, x2, xn die jetzt in c liegen es kann natürlich sein dass hier auch rein reelle Nullstellen, äh Lösungen auftreten aber es kann auch sein dass auch komplexe ähm Lösungen auftreten die wir bereits ja gesehen haben immer äh paarweise als komplexe Zahl und als konjugiert komplexe Zahl auftreten und dann kann ich wiederum diese Polynomgleichung wie wir es schon vorher gehabt haben als Linearfaktorzerlegung anschreiben mit a n mal x hoch n plus Punkt 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 a 1 mal x plus a 0 das wäre jetzt unsere Ausgangspolynomgleichung die würde dann sein a n mal x minus x1 erste Nullstelle mal x minus x2 zweite Nullstelle mal Punkt 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 x minus xn die letzte Nullstelle ähm das würde im Grunde genommen die Formulierung des Fundamentalschatzes der Algebra sein dass ich jetzt äh jede Polynomgleichung lösen kann äh und zwar besitzt es dann n Lösungen und ich dann diese Gleichung auch äh mit Hilfe der Linearfaktorzerlegung in der natürlich diese äh Lösungen vorkommen x1 bis xn auch anschreiben kann zusammengefasst kann ich hier dann noch ein Beispiel bringen dass die Gleichung x hoch 3 beispielsweise minus 2x plus 4x plus 7 äh plus 7 ist gleich 0 äh immer 3 Lösungen besitzt immer 3 Lösungen in c besitzt äh und äh nach dem Fundamentalsatz der Algebra und diese Lösungen würden genau jetzt äh die 3 Nullstellen äh von der Funktion f von x gleich 3x minus 2x plus 4x plus 7 sein das heißt äh die Lösungen einer dieser kubischen Gleichung äh das sind in dem Fall 3 Lösungen äh sind eben genau die 3 Nullstellen äh dieser kubischen Funktion dieser Fundamentalsatz rundet damit äh das gesamte Kapitel der komplexen äh zahlen ab denn mit der Formulierung des Fundamentalsatzes der Algebra ist auch gewährleistet dass jede Gleichung n den Grades n Lösungen besitzt ein ganz wichtiges Werkzeug was wir in der gesamten Analyse brauchen das war jetzt im Grunde genommen dieses Arbeitsblatt von den komplexen Zahlen ich danke dir dass du so eifrig dabei gewesen bist und dass wir gemeinsam diese komplexen Zahlen erarbeitet haben und ich freue mich schon auf das nächste Mal wieder andere über... über die